Hey Leute, Kevin hier. Aus dem heutigen Video möchte ich euch mal wieder auf meine eigene Learn-Channel mitnehmen im DeFi-Space. Und zwar schauen wir uns heute mal genauer Curve Finance an. Und zwar ist das ein Protokoll, was ich persönlich derzeit schon verwende, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ein Großteil von euch das in naher Zukunft selbst verwenden wird, ohne dass ihr überhaupt wisst, dass ihr das verwendet. Jetzt, was da genau die Hintergründe sind, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber was wir uns mal heute im Video genauer anschauen, ist erstens überhaupt, was dieses Protokoll überhaupt macht, also welches Problem es löst, warum es so besonders ist und dann vor allem auch drei verschiedene Wege, wie du damit einerseits Geld verdienen kannst und andererseits auch selbst Geld einsparen kannst. Jetzt, falls du Curve noch gar nicht kennst, Curve ist im Prinzip eine Depp, also eine dezentrale App, basierend auf einem Ethereum- und Polygon-Netzwerk und auch gleichzeitig eine DAO. Und da habe ich schon in einem von meinen vorherigen Videos ein bisschen genauer erklärt, dass kannst du im Prinzip vorstellen, wie es eine Art Verein, offener Blockchain, der nicht von diesem einen Vereinspräsidenten jetzt vorangetrieben wird, sondern im Prinzip von der gesamten Community entsprechend gemanagt wird. Und frag mich auch nicht, warum die Webseite von Curve hier Windows-95-Style ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum das so altmodisch gemacht wird, aber Under the Hold by Curve, da steckt schon relativ viel dahinter. Das heißt, von dem Design sollte man sich mal vorerst nicht abschrecken lassen. Gleichzeitig ist es ja so, dass ich erwähnt habe, Curve ist eine eigene DAO. Wir haben auch ihr eigenes Governance-Tokens, das sogenannte Curve hier. Wie man auch sieht, derzeit Rank 67, das heißt, lässt sich definitiv sehen. Die spielen da, also schon mal von ihrem Token, definitiv vorne mit. Gleichzeitig ist es so, wenn wir uns mal die Liste der ganzen DAOs anschauen. Derzeit Curve die 6 größte DAO. Und nach da spielt Curve, gerade was DeFi angeht, relativ weit vorne mit. Jetzt zunächst mal zum Use Case, beziehungsweise welches Problem Curve überhaupt löst. Und zwar ist es ja in aller Regel so, dass wenn du irgendwelche Kryptowährungen miteinander tauschen möchtest, dass du dann zu einer Kryptowährung gehst. Wie beispielsweise Binance, Kraken, KuCoin und so weiter und so fort. Was da im Prinzip im Hintergrund passiert ist, dass du zunächst natürlich deine Kryptowährungen dorthin schicken musst, beispielsweise Bitcoin, die möchtest du jetzt tauschen, beispielsweise Ethereum. Dann ist es in aller Regel so, dass dieses Unternehmen, also diese Kryptobörse, selbst etwas Liquidität zur Verfügung stellt und auch zusätzlich ein Orderbuch hat, wo sie den ganzen Kaufsorder und Verkaufsorder entsprechend matchen können. Und dann tun sie im Prinzip darüber deine Kryptowährungen tauschen, verlangen dafür natürlich logischerweise eine kleine Gebühr, von denen sie dann ihre ganze Operation und so weiter bezahlen können. Und dann im Anschluss kannst du auch deine Kryptowährungen entsprechend wieder auf deine eigene Wallet zenden. Aber während diesem Prozess, also während du dein Geld im Prinzip auf dieser Börse hast, hast du ja im Prinzip keinen Zugang drauf, weil dann hast du wirklich deine Kryptowährungen im Prinzip einer fremden Partei gegeben, dieser dritten Partei. Und der muss natürlich vertrauen können, weil wenn die jetzt plötzlich pleite geht, wenn die jetzt plötzlich gehackt wird oder sonst was, kann es tatsächlich sein, dass in dem Zeitpunkt, wo du deine Funds eben auf einer Kryptowährung hast, dass du die entsprechend verliehen kannst. Und im Prinzip genau dieses Problem und noch ein weiteres versucht, Curve zu lösen. Und das ist im Prinzip nur, oder es ist nur, in Anführungszeichen, eine spezielle Art von einer Dex, also einer dezentralen Exchange, wo du mithilfe von einem Automated Market Maker und Liquidity Pools entsprechend ebenfalls deine Kryptowährungen tauschen kannst, ohne dass du in dem Prozess irgendwie deine eigenen Private Keys hergeben musst, sondern du hast stets volle Kontrolle drüber. Und an der Stelle werden sich jetzt wahrscheinlich viele fragen, aber braucht denn die Welt wirklich noch eine zusätzliche Dex? Weil wir haben schon Uniswap, wir haben schon Pancakeswap und so weiter und so fort. Jetzt das Besondere bei Curve Finance ist, dass die erstens ziemlich stark fokussiert sind auf sogenannte Stable Pairs, also beispielsweise die ganzen Stable Coins wie USDC, USDT, DAI und so weiter und so fort, dass die dort ein relativ hohes Volumen haben und deshalb natürlich auch das Lippage besonders gering ist. Aber nicht nur, jetzt sage ich mal, die ganzen Stable Coins, sondern auch andere stabile Paare wie jetzt beispielsweise Ren BTC, NW BTC und so weiter und so fort. Und ursprünglich hieß auch mal Curve Finance Stable Swap. Mittlerweile haben sie sich allerdings unbedannt, weil die mittlerweile auch einfach Pools haben, wo die Tokens preislich zueinander ziemlich stark schwanken können. Und jetzt zum zweiten Punkt, und den habe ich gerade schon am Rande angesprochen. Und zwar darf das Curve Finance im Vergleich jetzt beispielsweise zu Uniswap ein unglaublich geringes Slippage hat, gerade bei diesen Stable Pairs. Was zum Großteil, also einerseits darauf zurückgeht, dass die ein besonders hohes Volumen dort haben, aber zum Großteil geht es einfach darum, wie dieser Automated Market Maker von denen aufgebaut ist. Und Slippage, für die Leute, denen das noch gar nicht sagt, das ist im Prinzip der, ich sage mal, komplizierte Begriff dafür, für, ich sage mal, die Gebühr, die du bei so einem Swap zahlst, aufgrund der Tatsache, wie der Automated Market Maker entsprechend aufgebaut ist. Ich weiß, dass Slippage noch gar nicht sagt, ich werde ja auch dazu mein Video in der Beschreibung verlinken, dass es meiner Meinung nach absolut essentiell, dass man Slippage im DeFi Space entsprechend verstanden hat, dass man da nicht unnötig Geld verliert bei irgendwelchen Dexes und sich nicht auskennt mit der Poolgröße und so weiter und so fort. Jetzt für die Leute, die technisch ein bisschen tiefer reingehen wollen, und zwar gerade die Leute, die sich schon mal ein bisschen tiefer mit einer Dex beschäftigt haben oder mit Uniswap oder von mir aus auch die Dex der DeFi Chain, die beruhen auf dem gleichen Prinzip, die beruhen ja alle auf der Constant Product Formula. Wenn man diese Formel mal in eine Kurve umwandelt, ist das im Prinzip diese gestrichelte Lillane-Kurve hier. Das heißt, die verlauft in etwas so. Und das heißt auch gleichzeitig, dass, wenn du jetzt einen Tausch machst, startest du in aller Regel hier von der Mitte, aber wenn du jetzt größere Mengen durch so eine Dex im Prinzip durchjagst, also mal mehrere, also kommt auf die Poolgröße an, mehrere hunderttausend, mehrere Millionen oder sonst was, dann verschiebst du den Pool so krass, dass du aufgrund dieser Kurve hier einen relativ hohen Slippage-Verlust hast. Wenn man jetzt mal die entsprechende Formel von Curve entsprechend vergleichen, das ist die blaue hier, da siehst du, die ist relativ flach hier in der Mitte. Das heißt, die ist nicht so rundlich, sondern die ist relativ flach hier, was im Prinzip dafür sorgt, dass man eine viel längere, ich sag mal Bandbreite hat von Swaps, die man machen kann, wo du noch einen relativ guten Preis bekommst. Und dann hier am Ende, also hier, das ist natürlich auch dann der Nachteil, natürlich, wenn du dann irgendwann es zu stark übertreibst und wirklich richtig krass hohe Trades machst, dann hast du dann ganz plötzlich einen relativ starken Slippage-Verlust. Also das ist im Prinzip so, dass du eine deutlich längere Bandbreite hast, wo du einen guten Preis bekommst und dann allerdings eine Bandbreite außen, wo du einen brutal schlechten Preis bekommst, die man allerdings in der Praxis, ich würde mal sagen, außer die ganz großen Wale, die müssen sowas berücksichtigen, aber in aller Regel spielt das mit den normalen, also Leute, die mich bei mir in der Audio, glaube ich, ist nicht so unbedingt die große Rolle. Und wie groß der Effekt ist, können wir auch einfach mal selbst simulieren, indem wir hier einfach mal ein paar Zahlen eingeben. Und zwar, angenommen wir würden jetzt, Stand heute, 100 Teil umtauschen in USDC, dann würden wir 99,99 USDC bekommen. Also du siehst da, eine minimale Gebühr von entsprechend einem Cent, die da entsprechend anfällt. Bei 1000 Dollar wären es dann 10 Cent Gebühr, bei 10.000 wären es 1 Dollar Gebühr, so ungefähr 1 Dollar, bei 100.000 nur ungefähr 10 Dollar Gebühr. Das heißt, du swappst 100.000 durch und zahlst in Summe eine Gebühr von 10 Dollar, was unglaublich günstig ist. Und weil eben die Pulseback Curve gerade für solche Stable Pairs unglaublich groß ist, könntest du da auch problemlos eine Million durchschieben und hättest dann in Summe hier Gebühren von ungefähr 100 Dollar. Das heißt, du schiebst eine Million von A nach B und zahlst in Summe nur 100 Dollar an Gebühren, was unglaublich günstig ist. Jetzt was die ganzen Fees und so weiter angeht, das wird ja alles natürlich eben Windows 95 Style auch entsprechend hier alles beschrieben. Die Fee beträgt ja beispielsweise 0,01%. Und das ist auch beispielsweise einer der Hauptgründe, warum ich in einem von meinen letzten Videos erwähnt habe, dass ich finde, dass die Deferchain Decks mittlerweile einfach relativ teuer ist und vielleicht zu anderen Decks ist. Wenn man das mal vergleicht, bei der Deferchain Size im Prinzip, die jeden einzelnen Tausch 0,2% an Gebühren. Wenn man das jetzt allerdings mal vergleicht mit 0,01%, das ist einfach mal das 20-fache. Das heißt, bei Curve ist beispielsweise ein Tausch von USDC in USDT 20 Mal günstiger, als wenn du das Ganze auf der Deferchain machst. Also nachher so eine Million mal kurz durchschieben bei der Deferchain. Das macht nicht so wirklich Spaß, weil da eben aufgrund der hohen Gebühren entsprechend deutlich was weggeht. Aber hier bei Curve, also kein Problem, wenn du jetzt mal wirklich hier eine Million durchschieben kannst und ob da jetzt 100 Dollar davon fehlen oder nicht. Also ganz ehrlich, das Geld kannst du nicht mehr drauf an. Und das bringt mich ja vielleicht schon zum ersten Punkt, wie man Curve Finance tatsächlich benutzen kann. Es ist nicht unbedingt, um Geld zu verdienen, aber einfach um Geld zu sparen. Wenn du mal irgendwann irgendwelche Stable Coins oder ähnliche Stable Pairs miteinander tauschen möchtest, da gehe ich persönlich fast immer zu Curve. Dass ich da beispielsweise meine DAI-Umtausch in USDT oder meine LUSD in USDT und so weiter und so fort. Dafür ist Curve meiner Meinung nach einfach die ideale Plattform. Und das bringt mich ja direkt zum zweiten Punkt, und zwar wie du mit Curve Finance Geld verdienen kannst. Und zwar immer dann, wenn es um eine DEX geht mit Liquidity Pools, kannst du natürlich auch Liquidity Malen betreiben. Das heißt, wenn wir uns mal hier die ganzen Pools anschauen, nehmen wir mal beispielhaft direkt den ersten. Und ich persönlich finde, dass die Webseite hier wirklich etwas unübersichtlich aufgebaut ist. Ich habe eine Weile gebraucht, bis ich das Ganze kapiert habe. Aber es ist eigentlich relativ einfach, wenn man es mal verstanden hat. Und zwar ist das hier beispielsweise ein Liquidity Pool, nicht nur mit zwei verschiedenen Kryptos, sondern mit drei verschiedenen. Wir haben da USDT drin, wir haben VBTC drin und VETH, also entsprechend Bitcoin und Ethereum, in gerappter Form noch mit drin. Und da bekommst du hier eine Base APY von 1,09%. Diese Base APY entspricht im Prinzip der Kommission, die so durchschnittlich innerhalb von einem Jahr anfällt. Das heißt, da würdest du auf jeden Fall schon mal 1% Zins machen. Und zusätzlich hat Curve, um eben die eigene Adoption von der eigenen DEX so ein bisschen voranzutreiben, haben die auch einen eigenen Token, Curve, den du zusätzlich noch als Reward bekommst. Und zwar zwischen 5,48% und bis zu 13,71%, die du da noch zusätzlich an Curve Tokens on top dazu bekommen kannst. Das heißt, das ist so ähnlich wie bei der Defer Chain, da bekommst du ja auch einerseits die Kommission, die relativ gering ist, und gleichzeitig noch die ganzen DFI als Block Rewards. Und so ähnlich ist es auch hier bei Curve, dass du da eben die Kommission bekommst und noch zusätzlich hier diese Curve Tokens. Und in aller Regel sind die Curve Tokens, wobei es kommt auf dem Boot drauf an, aber in aller Regel sind die Curve Tokens bei den größeren Pools in aller Regel ein bisschen größer, als es beispielsweise die Kommission, die da entsprechend anfällt. Jetzt um da tatsächlich hier die höhere APY zu bekommen und nicht die niedrige, also nicht die 5, irgendwas, sondern die 13, irgendwas Prozent, dafür musst du entsprechend Curve hinterlegen und einfrieren. Beziehungsweise, lass uns das mal genau anschauen. Wenn du hier beispielsweise deine Curve einfrierst für, sagen wir mal, 4 Jahre, dann bekommst du dafür ein anderes Token namens VE Curve. Und mit diesem VE Curve, also wenn du viele davon hältst, bekommst du dann entsprechend auch mehr im Liquidity Mining und gleichzeitig kannst du mit diesem VE Curve auch gleichzeitig bei der DAO, bei den ganzen Abstimmungen und so weiter teilnehmen. Das heißt, der Curve Token an sich ist nicht nur ein reines Governance Token im Sinne von, hey, du kannst damit nur abstimmen bei der DAO, sondern du kannst auch gleichzeitig im Prinzip deine eigenen Rewards erhöhen, indem du im Prinzip diese Curve Tokens, die du bekommen hast oder auch die du gekauft hast, im Prinzip hältst, dort einfrierst für eine bestimmte Zeit und dadurch deinem Liquidity Mining einfach eine höhere APY bekommst. So, und jetzt noch die dritte Methode, wie du im Prinzip nicht unbedingt Geld dienen kannst, sondern deine eigenen Einnahmen, Liquidity Mining bei Curve, noch zusätzlich erhöhen kannst. Und zwar sind diese Prozentzahlen hier in Curve Tokens, diese 5,48% zu 13,5% die sind nicht fix in Stein gemeißelt, sondern können im Prinzip alle Leute, die diese VE Curve Tokens halten, können noch zusätzlich abstimmen, wie viele Token denn in welchem Pool ausgeschüttet werden. Und zwar jede einzelne Woche. Und deshalb nennt sich das auch der Curve War, weil im Prinzip die ganzen großen Halter von diesen VE Curve Tokens im Prinzip gegenseitig abstimmen, wo am meisten ausgeschüttet werden, wo am wenigsten ausgeschüttet werden und so weiter und so fort. Was du im Prinzip dafür tun müsstest, wäre im Prinzip, dass du hier zunächst mal deine Curve Tokens, die du entweder bekommen hast im Liquidity Mining oder die du gekauft hast, dass du die zunächst mal weglockst für eine gewisse Zeit. Je nachdem, wie lange du das machst, bekommst du mehr Tokens oder weniger Tokens. Je mehr du hast, desto größer natürlich auch dein Stimmrecht. Und dass du dann hier entsprechend einmal pro Woche entsprechend abstimmst, in welchem Pool da am meisten Tokens ausgeschüttet werden sollen, in welchem Pool wenigsten und so weiter und so fort. Und so kannst du im Prinzip, ich sag mal, die eigene Plattform so ein Stück weit bestechen mit deiner eigenen Stimme, dass dein eigener Pool ein bisschen mehr Rewards bekommt. Und so könntest du dann über Umwägen einfach, also wenn du jetzt eine größere Wahl bist, jetzt bei ganz kleinen Summen, spielt das wahrscheinlich weniger die Rolle. Aber so könntest du im Prinzip noch zusätzlich deine Einnahmen bei Curve maximieren. Jetzt noch zu meiner persönlichen Meinung und zwar, ich persönlich benutze derzeit Curve einzig allein, um wirklich Stable Coins von A nach B zu swappen, als beispielsweise dein USDT und so weiter und so fort. Wenn ich solche Swaps mache, dann benutze ich eigentlich überwiegend Curve. Jetzt in der Theorie kann man natürlich auch bei Curve Liquidity-Meining betreiben. Da finde ich persönlich allerdings in der Praxis Convex deutlich, ja einfach deutlich rentabler. Convex ist im Prinzip ein Aggregator von Curve. Das heißt, das ist im Prinzip eine Plattform, die auf Curve aufbaut, aber wo du noch zusätzlich, also wo du einfach mehr Rewards bekommst im gleichen Pool, wie jetzt beispielsweise bei Curve. Wie das genau funktioniert, da werde ich auch noch ein Video dazu machen, aber es ist ein total raffiniertes Konzept. By the way, deshalb finde ich auch die Idee von Grissify unglaublich cool und ich glaube, das ist der Punkt, den ganz wenige Leute bisher verstehen und zwar wird Grissify ab dem Moment, wo sie tatsächlich bei Ethereum launchen, kannst du dann im Prinzip bei Grissify über das Ethereum-Netzwerk ins Liquidity-Mining gehen, wo du eigentlich ins Liquidity-Mining bei Convex gehst und Convex geht eigentlich ins Liquidity-Mining von Curve. Das heißt, du nutzt im Prinzip indirekt Curve, hast allerdings zusätzlich die Rendite-Vorteile von Convex mit dazu und zusätzlich hast du bei Grissify auch noch die Vorteile im Vergleich zu Convex, dass dort einfach dieses Auto-Compounding komplett automatisiert ist. Das heißt, du würdest mit Abstand höchsten Rewards bei Grissify erwirtschaften und benutzt dafür indirekt Convex und indirekt Curve, ohne dass du das überhaupt merkst und das ist meiner Meinung nach einfach so diese Raffinesse bei Grissify, die ich mega cool finde. Jetzt das größte Risiko, was ich bei Curve sehe, wäre im Prinzip, wenn dieser eigene Curve-Token wirklich durch irgendein Event mal richtig krassen Wert verliert, weil dann bekommst du zwar hier beim Liquidity-Mining noch zusätzlich Curve-Tokens, aber wenn die halt nicht so wirklich was wert sind, dann ja, ist ja schön und gut, dass du dann Tokens bekommst, aber wenn die einfach keinen Wert haben, glaube ich, dass ganz viele Leute einfach das Liquidity-Mining bei Curve lassen würden und wenn die keinen Liquidity-Mining mehr betreiben, heißt das natürlich auch gleichzeitig, dass das Volumen in den Poos runter geht und dadurch das Slippage nach oben geht, das heißt, das wäre dann im Prinzip eine Entwicklung entgegen dem, was eigentlich Curve machen will, weil die Hauptmission von Curve ist im Prinzip nicht nur eine Dex zu haben, sondern eine Dex mit extrem geringem Slippage zu haben und das ist meiner Meinung nach so der größte Punkt, aber wenn wir uns da mal den Curve-Preis entsprechend anschauen, ich würde mal sagen, dass es sich bisher relativ gut gehalten hat, also wenn wir uns gerade hier die gelbe Linie anschauen und der Preis ist im Bitcoin gemessen, ich würde sagen, das ist relativ in Ordnung, also trotz dadurch, dass wir Bärmarkt hatten, Bullmarkt und so weiter und so fort, der Curve-Token eigentlich relativ konstant, also es sieht derzeit noch ziemlich gesund aus, aber wie gesagt, keine Ahnung, was passieren muss, dass der Curve-Token mal ganz kurz ganz krass den Wert verliert, aber wenn das tatsächlich der Fall ist, dann wird es halt schwierig, ob hier tatsächlich noch genügend Leute die Liquidity-Mining betreiben und ansonsten die einzigen Use-Cases, die ich bei Curve sehe, außer dass es jetzt so eine Art Reward-Token ist fürs Liquidity-Mining, wobei man da drüber schreiten kann, ob das wirklich ein Use-Case ist, wäre im Prinzip der eine Use-Case, dass du bei diesen Curve-Wars hier mitmachen kannst, also dass im Prinzip so ein Stück weit das Protokoll bestechen kannst, was in sich eine ziemlich coole Idee ist oder einfach, ja, einfach sehr raffiniert gemacht, das ist der eine Use-Case und der zweite Use-Case natürlich dann, dass du bei der DAO entsprechend irgendwelchen Abstimmungen teilnehmen kannst und so weiter und so fort, aber auch bei den zwei Sachen ist einfach unklar, weil wenn jetzt tatsächlich der Curve-Token am Preis richtig krass verliert, lohnt es sich dann wirklich noch Curve zu halten, um dann bei diesen Abstimmungen hier entsprechend teilzunehmen und wie viele Leute haben dann tatsächlich noch Lust, bei der DAO entsprechend das ganze Welt zu entwickeln, weil wenn das halt keiner mehr nutzen möchte oder immer weniger nutzen möchten, dann geht vielleicht auch die Motivation zu einem Stück weit verloren. Aber wie gesagt, das ist so der eine Punkt, den ich mir vorstellen könnte. Ich persönlich bin bei Curve nur relativ oberflächlich mit drin, das heißt, du alles mit Vorsicht genießen, was du hier an persönlichen Meinungen von mir gibst, das kann auch komplett unbegründet sein, vielleicht verstehe ich irgendwelche Zusammenhänge selbst nicht und derzeit sieht der Preis eigentlich relativ konstant aus. Zeitstand heute würde ich mir da keine größeren Gedanken machen, nur mal schauen, was passiert, wenn dann tatsächlich irgendwie so eine Art Black Swan Event oder irgendwie sowas passieren sollte, was dann tatsächlich hier mit diesem Curve-Preis entsprechend passiert. Aber das sind wir dann wahrscheinlich erst, wenn es soweit ist. So, und damit sind wir auch am Ende von diesem Video, das heißt, falls du mehr von meinem Kanal hast, ihr möchtest, gerne unten auf Abonnieren klicken, falls du irgendwelche Fragen hast, wie immer unten in den Kommentaren, falls das Video gefallen hat, falls du was gelandet hast, lasst gerne ein Like da und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut! Outro 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 Untertitelung des ZDF, 2020